Vielen Dank. Könnt ihr mich hören? Oder muss ich das so machen? Ich mache es mal ein bisschen weiter hoch. Es rutscht immer runter. Solange die Hose nicht rutscht, ist alles okay. So, mal gucken, ob es hier weitergeht. Das sieht noch nicht gut aus. Es ist noch alles dunkel. Vielleicht jetzt? Ah, der braucht eine Minute. Das ist doch ganz schön. Da können wir uns ein bisschen kennenlernen. Ich kann durch die Reihen gehen und Hallo sagen. Ich bin ja sehr ordentlich erzogen. Guten Tag, mein Name ist Ralf und du bist Käthe. Hallo, ich bin Ralf. Guten Tag. Marie, angenehm. Guten Tag, mein Name ist Ralf und du bist... Hallo, mein Name ist Ralf und du bist Birna. Guten Tag, ich bin Ralf. Also das mit neun Uhr könnte knapp werden mit dem Auto. Guten Tag. Ach nee, da geht es ja schon los. Sehr gut. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen umdekorieren. Ich schau mal. So. Mach ich das vielleicht so, damit ich nicht... Also, eins plus eins gleich zehn. Ganz toll. Willkommen, herzlich willkommen zu meinem kleinen Mathevortrag. Ich finde es hervorragend, dass auch ganz Junge dabei sind. Hallo. Falls du was nicht verstehst, einfach fragen. Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären. Wenn man das da sieht, denkt man, oh Gott, der kann überhaupt nicht erklären. Wer schreibt denn sowas auf? Eins plus eins gleich zehn. Und ich muss gestehen, als ich in der Schule war, da hatte ich, glaube ich, noch nicht die nötige geistige Reife, um bei Mathe Spaß zu haben. Und überhaupt Mathe zu verstehen, das ist erst viel später gekommen. Also, wenn man sich mal anschaut, wie die Noten bei uns in der Klasse verteilt worden sind, das ist eine typische gaussische Normalverteilung, das weiß ich inzwischen. Und ich war, das sind die Noten in unserer Klasse, und ich war eher immer so hier im hinteren Drittel, also da im Vierer- und Fünferbereich. Das war so mein Notenschnitt hinter der Glocke. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mich geistig gesehen so stark verbessert habe. Aber ich kann sagen, dass mir Mathe inzwischen viel mehr Spaß macht, als noch vor ein paar Jahren. Das ist, was vielleicht auch daran liegt, dass ich inzwischen eine der wichtigsten Mathefragen, die es für mich gibt, beantworten kann. Es ist die Frage, die lautet, achso, da habe ich nochmal, das war ich da genau. Also die Frage, die ich jetzt für mich beantwortet habe und die ich mir schon immer gestellt habe, ist, wofür brauche ich den ganzen Mathekram eigentlich? Und ich muss gestehen, damals in der achten Klasse habe ich es anders formuliert. Ich habe eher gesagt, wofür brauche ich den ganzen Mathe-Scheiß eigentlich? Da könnt ihr sehen, dass sich meine Haltung schon etwas verbessert hat. Diese Frage wurde bei uns im Matheunterricht nicht beantwortet. Hat jemand von euch Mathe? doch so viele. Schön. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ja. Mal Hand hoch, wer sich das schon mal gefragt hat. Sehr gut. Also, ich kann euch sagen, ich werde diese Frage heute beantworten, in Teilbereichen. Und ich zeige euch gleichzeitig auch, wie Mathe mir das Leben leichter gemacht hat. Obwohl ich gar nicht wusste, dass es Mathe ist. Und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, Mathe macht das Leben leicht, dann meint man sofort, das ist doch ein Paradoxon. Kurzer Einschub, was ist ein Paradoxon? Also, wenn ihr beim Zahnarzt seid und euer Zahnarzt sagt euch, oh, ich glaube, ihr habt ganz üble Paradoxen, dann solltet ihr den Zahnarzt wechseln, weil er meinte eigentlich Parodontose. Das hat was mit Zahnfleisch zu tun. Das hat nichts mit einem Paradoxon zu tun. Ein Paradoxon ist zum Beispiel das da. Dieser Satz ist falsch. Was total bescheuert ist, weil wenn der Satz falsch ist, dann wäre er ja richtig. Aber wenn er richtig ist, wäre er falsch. Aber das würde wieder leuten, dass er falsch wäre und dann wäre wieder richtig. Und so geht es immer weiter. Das heißt, es ist ein Widerspruch in sich. Und das ist ein Paradoxon. Kennt jemand von euch noch andere Paradoxien? Ja, du hast da die Hand hoch oder kratzt dich nur im Kopf. Was zum Beispiel? 20 mal 10. Das ist für manche Leute ein Paradoxon. Für mich war das auch mal eins. Wobei, das ist ja eigentlich eher eine Aufgabe, aber mutig, dass du dich gemeldet hast. 20 mal 10. Kommen wir vielleicht später auch gleich noch drauf. Also, ein... Ja, du hast noch ein Paradoxon. Ja, das ist ein Satz, der beruht, glaube ich, auf, war das Aristoteles oder Sokrates, der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß, was auch irgendwie paradox klingt. Es gibt nicht nur Sätze, die paradox sind, es gibt auch Zeichnungen. Zum Beispiel das da. Das ist eine unmögliche Figur. Also, ihr könnt mal gucken, wenn ihr mal die Hand ausstreckt und einfach mal oben den oberen Teil abhaltet, dann sieht es aus wie ein U. Und wenn ihr mal den unteren Teil abhaltet, sieht es aus wie drei Rohre. Also, entweder oben abhalten, U. Wer gerade zu faul ist für seine Hand. Und da wieder das U. Oben drei. Ihr könnt es nochmal machen. Ich gebe euch jetzt noch zehn Minuten Zeit, das auszuprobieren. Es gibt auch noch diese Figur, die ist auch ganz berühmt. Habt ihr das schon mal gesehen? Dieses Dreieck wird Penrose-Dreieck genannt, benannt nach Roger Penrose. Das waren Mathematiker. Und Mathematiker, meint man gar nicht, die zeichnen auch solche Sachen. Das ist ganz interessant deshalb, weil ich wusste nicht, dass das nach einer Mathematiker benannt ist. Und trotzdem habe ich ungefähr einen Großteil meiner Mathe-Schulzeit damit verbracht, genau solche Sachen in mein Heft reinzukritzeln. Und da habe ich gelernt, wie man sowas zeichnet. Wollt ihr auch lernen, wie man sowas zeichnet? Wie bitte? Soll ich euch zeigen, wie man das zeichnet? Okay, will vielleicht einer nach vorne kommen, stellvertretend, und mitzeichnen. Hat jemand Lust, an der Tafel was zu zeichnen? Oh Gott, das ist ja wie im Unterricht. Und wisst ihr, was ich noch gelernt habe im Unterricht? Also bei mir war es so, unsere Lehrer haben es immer so gemacht, diejenigen, die auf den Boden geguckt haben, die wurden immer drangenommen. Also habe ich gelernt, immer geradeaus zu gucken, den Lehrer fordert ins Gesicht zu starren, nach dem Motto, nimm mich ruhig. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Und wer möchte, dass Penrose, ja, dann komm du doch mal nach vorne. Einen großen Applaus bitte für deinen Namen, wenn wir gleich erfahren. Hallo, ich bin Ralf und du bist... Hallo, ich bin Eva. Eva, herzlich willkommen. Guck mal, hier ist eine Tafel, Eva. Wir schieben die einfach mal ein bisschen nach vorne, wenn das geht. Oh, ist die schwer. Okay, hier ist Kreide. Nimm ruhig die, genau. Also, um so ein Dreieck zu zeichnen, ich mache es auch da für euch, damit ihr es sehen könnt. Ich mache immer erst mal drei Striche und zwar mache ich es so und so und so. Also praktisch ein Dreieck, wo so ein paar Sachen überstehen. Das ist jetzt ein A, das ist auch gut. Das ist gar nicht so leicht. Wie gesagt, ich habe einen Großteil meiner Schulzeit damit verbracht, deshalb kann ich das. Und dann musste ich hier oben auch noch einen Strich machen. Genau. Und jetzt machst du noch mal so drei Striche. Und jetzt kommen die letzten, die sehen so aus. Also, so und so. So und so. Und so und so. Der letzte Schritt ist meist der schwierigste. Und ja, fast. Einfach diese verbinden dann. Genau. Ja. Ein großer Applaus für Eva. Vielen Dank, sie warst du jetzt. So, Hausaufgabe. Das übt ihr jetzt, bitteschön. Könnt ihr euch das merken? Sonst macht kurz ein Foto. Das Problem bei diesen Figuren ist, man kann sie super zeichnen, wenn man es mal geübt hat. Man kann die aber sehr schlecht in die Hand nehmen. Also, gerade dieses Penrose-Dreieck, das verstößt gegen so viele Regeln der euklidischen Geometrie, dass es praktisch gar nicht möglich ist, das in die Hand zu nehmen. Das ist sehr schade. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch was, was ihr in die Hand nehmen könnt, was ihr selbst basteln könnt. Und zwar ist es ein Hexenwürfel. Ich nenne den Hexenwürfel, weil er ein bisschen wie verhext ist und außerdem besteht aus einem Hexagon. Ein Hexagon, weiß jemand nicht, was das ist? Gut, ein Hexagon ist ein Sechseck, weil Hex heißt Sechs. Es gibt noch andere Formen. Es gibt zum Beispiel ein Oktagon. Das ist wie ein Oktopus, nur ohne Arme. Ein Oktagon ist ein Achteck. Und mit einem Oktagon fängt es an. Ich habe hier was vorbereitet. Also ein Oktagon kennt ihr vielleicht auch aus dem Straßenverkehr. Nämlich ein Stoppschild ist auch ein Oktagon, ein Achteck. Und normalerweise halte ich mich an so Schildern, aber ich mache jetzt trotzdem einfach weiter. Ich habe auch ein paar Sachen vorbereitet. Möchte jemand mitbasteln, hier vorne? Ich habe leider nur eine Schere, aber das macht ja nichts. Wie wäre es denn mit dir, mit dem Schal? Einen großen Applaus bitte. Das war ein nicht so großer Applaus. Man muss mindestens so lange klatschen, bis die Leute auf der Bühne kommen. Hallo! Wie heißt du? Christina, einen großen Applaus habt ihr very good gemacht. Ich mache das teilweise ein bisschen auf Englisch, weil morgen, ich muss ein bisschen Werbung machen, morgen läuft eine Sendung mit der Maus, wo ich in England bin. Also falls ihr morgen noch nichts zu tun habt, merkt euch das. So, haben wir den Werbeblock auch erledigt. Setz dich, Christina, ich habe auch eine Schere dabei und ein bisschen Kleber. So. Du müsstest einmal erstmal hier das so komplett ausschneiden. Also wenn ihr ein Oktagon zu Hause habt, dann ist das ein guter Startpunkt. Dann schneidet ihr aus dem Oktagon da so eine Kante aus. Und dieser Teil hier, der, das ist im Grunde die Klebelasche. Die solltet ihr stehen lassen. Aber das ausschneiden, das habe ich auch schon vorbereitet. So sieht das aus. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr einmal da knicken und einmal da knicken. Also, Oktagon, ich komme mal zur Kamera, das ist vielleicht noch einfacher. Aber vorher nehme ich mir noch einen Stift mit. Wenn du Hilfe brauchst, Christina, sag Bescheid. Also, darf ich mal hier deinen Tisch haben? So, das ist das Oktagon, habe ich ausgeschnitten. Und hier habe ich schon mal Klebeband, das schenke ich dir. Und dann wird aus diesem zerschnittenen Oktagon ein Hexagon. Das hat nämlich jetzt nur noch sechs Ecken. Sieht so aus, könnt ihr es sehen? Also im Grunde wie so ein eckiger Trichter. Und das Tolle ist, wenn man jetzt mit einem Auge drauf guckt, oder auch mit einer Kamera, dann, wie sieht es aus? Sieht aus wie ein Würfel. Wenn du jetzt die Kamera bewegst, mach mal. Oder ich bewege mal die Hand. Wenn man die Kamera bewegt oder die Hand, dann sieht es irgendwie sehr, sehr seltsam aus. Ich habe mal ein Video vorbereitet. Guck mal. Moment. Das da. Das habe ich zu Hause gebastelt. Und ich gucke mal, ob das startet. Ja. Wenn man die Kamera bewegt oder auch mit einem Auge drauf schaut, das schenke ich dir auch. Danke. Bitte. Dann sieht es aus, als würde es sich ganz eigenartig bewegen. Man kann mit einer leeren Klopapierrolle so einen kleinen Ständer basteln und das da drauf tun. Und wenn man sich dann da drüber beugt und es sich anschaut, dann macht es Bewegungen, die das Gehirn gar nicht so richtig zusammenkriegt. Man kann auch Augen und ein Gesicht drauf malen. Und wenn man sich dann bewegt, dann sieht es wirklich so aus, als würden einen die Augen ständig verfolgen. Aha. Du hast es gemacht. Sehr gut. Ich schneide hier ein bisschen Klebeband ab. Und dann kannst du es da drauf kleben. So. Und jetzt musst du im Grunde das so falten und so falten und es so zusammenkleben. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal im Internet, es gibt so Videos von zum Beispiel Dinosaurierköpfen, die einen verfolgen. Die funktionieren nach genau dem gleichen Prinzip. Interessanterweise ist das ja eigentlich nur eine optische Täuschung. Also wenn euer Gehirn das sieht, dieses Gebilde, was ihr in der Hand habt und ihr nur mit einem Auge drauf guckt, dann sieht es, wenn es das erkennt, einen Würfel. Ganz richtig erkannt habt ihr es gerade eben. Und bei einem Würfel weiß unser Kopf also, ein Würfel, der sieht ganz normal so aus. Es gibt einen Punkt, eine Ecke, die ist näher an uns dran und die beiden hinteren Ecken sind weiter von uns weg. Und normalerweise ist es so, wenn sich etwas bewegt, dann erscheint das, was weiter weg von uns ist, sich langsamer zu bewegen als das, was näher an uns dran ist. Das führen wir mal kurz vor. Dazu brauche ich mal eins, zwei, drei, vier, sechs Leute. Die Erwachsenen und die drei Kinder mal auf die Bühne kommen, bitte. Ja, wir dachten, das wäre hier ein Kaffeespänzchen. Kommt hier auf. Und die Erwachsenen stellen sich vielleicht hier unten hin. Einfach nur, weil ihr viel größer seid. So und so und so und so. Und ihr dreht euch um. So und so und so. Okay. Und könntest du mit der Kamera kurz mal nach vorne kommen? Also die Kamera ist jetzt euer Auge. Und als ich eben sagte, Sachen, die weiter weg von uns sind, bewegen sich langsam als Sachen, die näher an uns dran sind, meinte ich diesen Effekt. Wenn du dich jetzt mit der Kamera seitlich bewegst und praktisch gerade drauf guckst und dich so bewegst, dann seht ihr, dass die Reihe vorne viel schneller von der einen Seite zur anderen Seite sich bewegt als die Reihe hinten. Könnt ihr das erkennen? Und das weiß unser Gehirn. Also was weiter weg ist, bewegt sich langsamer von der Wahrnehmung her, als was das weiter vorne ist. Wolltet ihr es nochmal sehen? Ja. Danke. Jetzt habt ihr es gar nicht gesehen, aber ihr müsst mir einfach vertrauen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ihr dürft euch widersetzen. Großen Applaus bitte. Ich komme gleich zu mir. Einmal abziehen und dann zusammenkleben. Also, bei dem Würfel wäre es eigentlich auch so, wenn es ein normaler Würfel wäre, würde sich die obere Kante schneller bewegen als die hinteren Kanten. Da es aber so ein Umkehrwürfel ist, bewegt sich der hintere Teil langsamer als die vorderen, gefühlt von unserem Gehirn. Und das kriegt es irgendwie nicht zusammen, weil es eigentlich etwas ganz anderes erwartet. Und deshalb macht es dadurch so eine komische Bewegung. Und deshalb sieht es immer so aus, als würden die Augen uns verfolgen und hinterher gucken. Christina, du bist fertig. Sehr gut. Dann komm doch mal bitte nach vorne. Applaus für Christina, sie hat es tatsächlich nicht geschafft. Warte, warte. Also, wenn ihr das zu Hause basteln wollt, dann nehmt ihr euch dann diesen Würfel und schaut am besten mit einem Auge drauf. So lange bis ihr so einen Würfel erkennt. Man muss manchmal ein bisschen gucken, dass die Schatten richtig sind. Und wenn man sich dann bewegt, dann ist es oft ganz verwirrend. Und es hilft, siehst du das? Ja. Es hilft, wenn ihr noch Augen drauf malt oder ein Gesicht. Dann könnte es irgendwo hinhängen. Zum Beispiel, hast du einen kleinen Bruder? Ja. Du könntest zum Beispiel hier ein Foto von dir reinkleben und es in das Zimmer deines Bruders hängen, so dass er das Gefühl hat, du würdest ihn die ganze Zeit verfolgen. Applaus Kleine Geschwister lieben sowas. Viel Spaß damit. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Applaus So, zurück zur Frage, wofür brauche ich den ganzen Mathekram eigentlich? Also in erster Linie zum Spaß haben und für kleine Geschwister. Für den Familienfrieden. Und zum anderen muss ich gestehen, dass mir Mathe mehr als einmal den Arsch gerettet hat. So sagt man das in Köln. In Trier hat man vielleicht, also sagt man das glaube ich auch. Grundsätzlich ist es mit der Mathe in der Schule so wie zum Beispiel mit dem Hanteltraining im Fitnessstudio. Wer von euch macht Hanteltraining im Fitnessstudio nicht? Und wer trainiert mit Hanteln? Sehr gut, ja. Interessanterweise fragt sich jemand, der mit Hanteln trainiert, niemals, wofür brauche ich das? Denn es wird wahrscheinlich in den seltensten Fällen irgendwann mal so sein, dass man die Straße lang geht und plötzlich eine Hantel auf dem Bürgersteig sieht und sich denkt, die kann ich jetzt aber gut hochheben, denn ich bin ja im Hanteltraining. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Tut mir leid, dass ich da enttäuschen muss. Aber trotzdem geht ihr Hanteltraining, weil ihr einfach nur Muskeln trainiert und so in der Art ist es auch mit Mathe in der Schule. Es ist hauptsächlich ein Training und auch eine Lebenserleichterung. Tatsächlich, Mathe ist eine Lebenserleichterung, denn wo wären wir zum Beispiel ohne Zahlen? Kann man mir sagen, wie viele Punkte da zu sehen sind? Ja. Richtig, das ist nur ein Punkt. Ich habe versucht, dich mit der Mehrzahl in der Frage ein bisschen aufs Glatteis zu führen, aber du bist nicht drauf reingefallen. Und jetzt, wie viele Punkte sind es jetzt? Ja. Hast du es einfach so erkannt oder musstest du zählen? Einfach so erkannt. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wie viele Punkte sind zwei? Also, ich wollte noch sagen, statt Punkte kann man auch Schafe zählen beispielsweise. Oder Abzeichen kann man auch zählen. Oder man kann auch Fotoapparate zählen. Oder was auch immer. Also zählen können wir alle. Und wir wissen, das sind zwei Fotoapparate. Wie viele Punkte sind das? Ja. Drei. Richtig. Hast du gezählt oder konntest du es auf einen Blick erkennen? Ja. Auf einen Blick. Sehr gut. Wie viele Punkte sind das? Vier. Sehr gut. Vier. Wie alt bist du? Vier. Vier. Dann wäre das vielleicht was für dich gewesen. Wie viele Punkte sind das? Vier. 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 habt wirklich ein Talent. Und wer musste zählen? Ich auch. Okay, es wird noch ein bisschen schwieriger. Wie viele Punkte sind das? Ja, das ist richtig, zwölf. Wie viele Punkte sind das? Neun. Mehr als zwölf? Ja, was? 20 Punkte, genau. Eigentlich noch recht einfach, also bis 20 könnte man auch mit Punkten machen. Aber wie viele Punkte sind das jetzt? Ah, das waren die 20, genau. Wie viele Punkte sind das? Das ist ja, ich muss mal kurz sagen, wir sind ja hier auch, das ist ja auch eigentlich so eine Art Mathevorlesung, das heißt, ein bisschen mehr Präzision wäre mir schon ganz recht. Also jetzt statt ganz viele oder mehr als 20. Und? Ja, du da vorne, da oben. 50? Nein, leider. Ja? Wir nähern uns an. Sehr gut. Nein, 40 sind es auch nicht. Ja? 45? Nein? Soll ich es euch sagen? Es sind 47 Punkte. Also, ihr merkt, wenn man nur Punkte hätte, um zu sagen, kauft bitte 30 Eier, das würde einen Einkaufszettel sehr unübersichtlich machen. Oder ich hätte gern 500 Gramm Mehl, um dann 500 aufzuschreiben mit 500 Punkten, da würde man, glaube ich, den halben Tag mit dem Einkaufszettel beschäftigt sein. Und deshalb ist es eigentlich ganz geschickt, dass wir Mathematik haben und sowas wie Symbole für diese ganzen Punkte. Also man könnte zum Beispiel für einen Punkt dieses Symbol nehmen. Man könnte auch dieses Symbol nehmen. Also diese Symbole, auf die wir uns geeinigt haben, da die Eins zum Beispiel, die haben nichts mit der Menge zu tun. Das könnten auch irgendwelche Symbole sein. Das ist eigentlich völlig egal. Wir haben uns darauf geeinigt und deshalb ist das die Eins. Und wir wissen, ein Punkt würde so geschrieben werden. Übrigens, ganz interessant, im Japanischen habe ich gelernt, dass es verschiedene Zahlwörter gibt. Also je nachdem, ob man was Rundes zählt oder was Längliches, benutzt man verschiedene Wörter. Da haben wir es noch ein bisschen einfacher. Und für zum Beispiel 9 haben wir uns auf dieses Symbol geeinigt. Wir haben uns, wir könnten es weitermachen eigentlich, wir könnten zum Beispiel dieses Symbol für 10 nehmen. Und wir könnten zum Beispiel dieses Symbol für 35 nehmen. Also das Z für 35. Man könnte sich für alle Zahlen Symbole ausdenken. Man könnte zum Beispiel dieses Symbol für 100 nehmen. Oder man könnte, ich habe jetzt keine 1000 Punkte gezeichnet, weil es ein bisschen mühselig ist. Man könnte aber das Symbol für 1000 nehmen. Das Problem ist, wenn man für alle Zahlen sich ein Symbol überlegt, das wird auch sehr anstrengend. Weil man muss dann die ganzen Symbole auswendig können und das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Und ich bin ja auch ehrlich gesagt ein bisschen faul. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache mir nicht gern viel Mühe. Deshalb habe ich auch keine 1000 Punkte dahin gemalt. Und da die Menschen wahrscheinlich immer schon so ein bisschen waren wie ich, ein bisschen faul, hat sich eine ganz andere, großartige Zählweise entwickelt. Achso, das waren die Symbole, die ich mir ausgedacht habe, noch für andere. Ja, komische Symbole. Möchte man nicht lernen. Oder? Würde es voll, das würde doch alles total verwirren. Jedenfalls die Zählweise, die sich die Menschen ausgedacht haben, ist eine mit 10 Symbolen. Und diese Symbole haben alle einen unterschiedlichen Wert. Und dann auch noch einen unterschiedlichen Wert, je nachdem, an welcher Stelle sie stehen. Und wahrscheinlich tauchte das erste Mal so ein Stellenwertsystem vor ungefähr 4000 Jahren auf. Das ist echt lange her. Bei Mathematikern und Astronomen in Babylon. Und dann vor ungefähr 1500 Jahren wurde so ein Zahlsystem entwickelt, das so ist wie unseres, in Indien. Und arabische Gelehrte haben das dann in den Nahen Osten gebracht. Und von da wurde es dann auch tatsächlich Teil irgendwann von unserer Kultur. So im Lauf des Mittelalters haben wir dann auch hier angefangen mit so einem Stellenwertsystem zu rechnen. Das ist total interessant. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man so ein Stellenwertsystem mit solchen Symbolen nicht hat, dann ist Rechnen fast unmöglich. Also man kann Plus rechnen und Minus rechnen, aber sowas wie Division, also Teilen oder Multiplizieren, Malnehmen, das konnten die Leute im Mittelalter einfach nicht, weil es ohne dieses Stellenwertsystem fast unmöglich war. Also diese ganzen Grundrechenarten, wie wir sie im Grunde in der Grundschule schon lernen, das war damals im Mittelalter, das konnten nur Leute, die wirklich, wirklich was im Kopf hatten. Und es lag nicht daran, dass der Rest einfach doof war. Es ging einfach nicht mit den mathematischen Mitteln, die sie zur Verfügung hatten. Also mit den zehn Ziffern können wir so lange zählen, bis wir umfallen. Und wahrscheinlich haben wir deshalb zehn Symbole, weil, wer hat eine Idee, warum haben wir zehn Symbole? Was könnte wohl der Grund sein? Ja, weil wir zehn Finger haben. Eine gute Idee. Ich glaube, ja, das könnte auch wirklich daran liegen. Zehn Finger, zehn Symbole. Und wir können ja mal durchgehen, ob wir alle auch die Symbole kennen. Sollen wir das machen? Also ein bisschen, ihr könnt jetzt laut mitrufen. Wie lautet zum Beispiel das? Eins. Und wie lautet das? Zwei. Wie lautet das? Und das? Und das? Vier. Ups, was ist denn jetzt passiert? Wo sind denn die Zahlen hin? Nochmal. Vier und das hier ist die? Fünf. Und das? Zwei. Und das? Vier. Und das? A. Und das? Und was fehlt jetzt noch? Zehn. Ah, die Zehn fehlt. Nein. Die Null. Und interessant übrigens ist, dass die Null viel später erfunden wurde als alle anderen Symbole. Man denkt ja, gut, wenn man sich überlegt, ich hätte gern, ich habe zehn Finger, also mache ich mir zehn Symbole und ich fange mit der Null an. Das haut irgendwie nicht so hin. Und damals war es auch so, wenn man zum Beispiel Schafe gezählt hat, keiner musste null Schafe zählen, weil wenn kein Schaf da war, musste man nicht zählen. Also gab es auch keinen Grund, sich dafür ein Symbol auszudenken. Deshalb kam die Null erst viel, viel später. Und die steht eigentlich da. Das ist die Null. Wenn man jetzt so fünf Nullen nebeneinander schreibt, was ist das für eine Zahl? Was hat die für einen Wert? Ja, Null. Richtig. Und wenn ich jetzt aus der ganz rechten Null eine Eins mache, was für einen Wert hat, hat diese Zahl dann? Richtig, eins. Und wenn die Eins weiter nach links wandert, was ist das für eine Zahl? Zehn, genau. Und was ist das für eine Zahl? Einhundert. Und was ist das für eine Zahl? Also ihr merkt, je nachdem, wo die Eins steht, ob die Eins Nullen rechts von sich hat, macht einen Unterschied. Wenn eine Null vor der Eins ist, das macht keinen großen Unterschied. Zumindest hier in dem Fall nicht. Und was ist das für eine Zahl? Ganz genau. Wer von euch hat ein Fahrrad? Und wer von euch kann Fahrrad fahren? Puh, ich bin froh, dass jetzt keine Hände runtergegangen sind. Hat jemand von euch ein Fahrradtacho? Also ein Fahrradtacho ist ein Gerät, das misst, wie lang und wie weit man gefahren ist. Heutzutage sind die alle mit LCDs und elektronisch. Aber damals, so als eure Eltern so alt waren wie ihr, da gab es Fahrradtachos, die waren ganz anders. Die hatten so kleine Scheibchen. Auf den Scheiben waren die Ziffern von 0 bis 9 drauf. Und mit jedem Meter drehte sich die Scheibe ein bisschen weiter. Und irgendwann ist man 9 Meter weit gefahren und dann würde sich die Scheibe weiter drehen und kommt dann wieder auf? Auf die Null, weil dann kommt die Null. Und damit man weiß, dass man aber schon 10 Meter gefahren ist, dreht sich die Scheibe links von dieser ersten Scheibe weiter, auch ein weiter. Und jetzt weiß man, okay, jetzt bin ich 10 Meter gefahren. Und dann dreht sich diese 1er Scheibe immer weiter, je weiter man fährt. Und irgendwann ist sie dann auch wieder bei der 9 und weil es eine Scheibe ist, kommt nach der 9 da wieder die Null. Und auch dann weiß man, man ist weitergefahren, weil sich die 10er Scheibe dann auch wieder einen weiter dreht. So geht es immer weiter. Das machen wir jetzt bis 9000, bis 99.999. Dann ist es auch kurz nach 9 und dann wird es knapp mit den Autos. Ups, irgendwann ist man so weit gefahren, dass man 23.612 auf dem Tacho hat. Und dann, das ist mir passiert, ist mir aufgefallen, interessant. Wisst ihr, warum das interessant ist? Okay, ich bin sehr gespannt, wer das weiß, warum das eine interessante Zahl ist. Wer das weiß, bekommt ein Sonderfoto von mir. Hat jemand eine Ahnung, was das Besondere an dieser Zahl ist? Ach genau, mal schnell googeln, viel Spaß. Ja. Nein, das glaube ich nicht einmal um die Welt. Das sind ja nur Meter. Ja, das stimmt. Ja. Bitte? Nee, es hat was mit Mathematik zu tun. Okay, ich sag's euch. Ja. Nee. Ja, okay, noch eine Möglichkeit. Das stimmt, aber das ist auch nicht, was ich meinte. Herr de Vries. Ihr Mathematikbereich hat doch was mit Computern zu tun, oder? Eigentlich sollten Sie das Datum kennen. Jetzt habe ich schon verraten. Es ist das Geburtsdatum von Alan Turing. Echt? Na ja. Gibt's da was in der Mathematikausstellung über Turing? Vielleicht. Guckt mal nach. Das war auch ein ganz großer Mathematiker, der sich sehr damit beschäftigt, wie man zum Beispiel Sachen verschlüsselt und entschlüsseln kann und hat auch ganz interessante Maschinen gebaut. Also, jetzt sind wir total durcheinander. Also, Alan Turing's Geburtstag, sehr schön, aber das da sind die Einer, weil sie die Einer durchzählen. Immer ein Meter, Meter für Meter. Diese Stelle, ups. Oh, toll. So ist das, wenn man so einen schnellen Finger hat. Also, da haben wir nochmal das Geburtstag, den Geburtsdatum von Alan Turing. Das ist die Einer Stelle und das hier ist die Zehnerstelle, weil wenn die Einer zehnmal durchgelaufen sind, wird es da markiert, indem die Scheibe sich einmal weiterdringt. Also, zehnmal eins. Das hier ist welche Stelle? Ja, die Hunderter, genau. Denn wenn die Einer-Scheibe einmal durch ist und die Zehner-Scheibe einmal durch, hat man im Grunde ein mal zehn mal zehn und das ist hundert. Und das hier ist nochmal das Ganze mal zehn, also hundert mal zehn ist? Tausend, genau. Deshalb ist das die Tausenderstelle. Und da, jetzt sind wir bei dreitausend, weil die schon dreimal durchgelaufen ist. Und das ist nochmal tausend mal zehn ist? Richtig, die Zehntausenderstelle. Und das lässt sich unendlich so weitermachen und das alles nur, weil wir zehn Finger haben, normalerweise. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Könnt ihr es lesen, alle? Es gibt nur zehn Arten von Menschen auf der Welt. Die, die Binärzahlen verstehen und die, die es nicht tun. Also, Binärzahlen sind echt super einfach und der beste Weg, andere Leute in den Wahnsinn zu treiben. Und da ihr was lernen wollt für heute, habe ich mir gedacht, das wäre doch perfekt. Außerdem gäbe es das Binärsystem nicht, müsste es erfunden werden. Denn ohne Binärsystem gäbe es auch keine Computer und ich weiß nicht, was Alan Turing gemacht hätte. Es gäbe auch kein Internet. Also, bis jetzt haben wir ja schon richtig viel gezählt. Deshalb machen wir mal einen Test. Steht mal alle auf? So, bisschen, bisschen die Arme locker machen. Ähm, ich hätte gern, dass du bitte nach vorne kommst. Und möchtest du nach vorne kommen? Ja, dann kommst du auch nach vorne. Und du auch, ja. Ihr drei kommt bitte mit einem großen Applaus nach vorne. Und die macht alles mit dem Ruhig hierhin. Kommt ruhig hierhin. Ach so, die steht. Ja, sag doch einen Ton. So, damit ihr auch alle seht. So, also, alle stehen, sehr gut. Hände ausschütteln. Kommt ruhig hiermit nach vorne. Und gut aufpassen. Alles das machen, was ich mache. Hände nach vorne. Und die Daumen nach unten. So, und jetzt die Arme überkreuzen. Und die Hände falten. Und jetzt so drehen die Hände, dass die eine Hand oben ist und die andere Hand unten. Genau, der Handrücken, der eine Hand ist oben und der andere Handrücken zeigt nach unten. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Habt ihr es alle gemacht? Jetzt bitte. Und das erfordert echt höchste Konzentration. Und das ist wichtig für das, was wir gleich machen. Ähm, den kleinen Finger der linken Hand bewegen, bitte. Mit dem... Ne, der kleine ist hier. Jetzt den Mittelfinger der rechten Hand bewegen. Und den Daumen der linken Hand bewegen. Okay, und jetzt ohne, dass ihr die Hände auseinander nehmt, einfach ganz entspannt die Ellenbogen nach außen. So wie ich. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Also. So nochmal ausschütteln. Und wirklich gut auf mich achten. Gut auf mich achten. Hände nach vorne. Daumen nach unten. Arme überkreuz. Hände falten. Hände drehen, dass die Handrücken nach oben, nach unten zeigen. Jetzt machen wir es mal ein bisschen einfacher. Wir fangen mal mit den Daumen an. Der Daumen der rechten Hand, mit dem wackeln. Sehr gut. Und jetzt mit dem kleinen Finger der linken Hand wackeln. Und jetzt mit dem Mittelfinger der rechten Hand wackeln. Und auseinander. Und wo habe ich geschummelt? Sag das mal kurz. In dem Moment, wo ich meinen kleinen Finger nicht bewegen kann, dann werden die Hände anders zusammengelegt. Die Erklärung war, in dem Moment, wo ich gesagt habe, nein, das da, das ist der kleine Finger, habe ich die Hände ganz anders zusammengelegt. Gut aufgepasst. Herzlichen Glückwunsch. Einen großen Applaus Schritt. Ihr dürft euch setzen. Bitte. Ihr dürft euch aufsetzen. Okay, nachdem ich jetzt eure Aufmerksamkeit habe. Wir zählen jetzt einfach mal. Guckt euch mal eure Hände an. So wie ich. Und wir zählen. Seid ihr bereit? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Boah. Ich mache es mal so. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn Finger. Wir können bis zehn zählen. Also, das ist total Überraschung, ich weiß. Jeder Finger hat den Wert eins. Und wenn man mit den Fingern zählt, dann ist es so, als würde man eins plus 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 eins zählen. Und das ergibt natürlich zehn. Richtig. Wo hat man bis zehn gezählt? Man kann natürlich schon weiterzählen. Auch mit den Fingern. Man könnte jetzt sagen, das ist zehn. Dann mache ich elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, siebzehn, neunzehn, zwanzig, ein, zwanzig, zwanzig, zwanzig. Aber wenn jetzt jemand in den Saal reinkommen würde und würde mich hier stehen sehen, dann würde ich denken, warum zählt der nur bis zwei? Aber ihr wüsstet, nein, nein, der ist schon bei 22. Das heißt, es ist nicht so richtig eindeutig. Also, wenn man mit den Fingern bis weiter als zehn zählen möchte, dann funktioniert das nur begrenzt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel nicht bis zehn zählen möchte, sondern, oder anders, wie viele Hände braucht man, das mit ein bisschen Kopfrechen, wenn man nicht bis zehn, sondern bis 1023 zählen möchte? Wie viele Hände braucht man? Wie viele Hände? Du da oben. Was? 500? 512. Also, ich glaube, das Publikum ist sich nicht ganz einig. Ja, zwei Hände. Hier kommt eine Antwort, zwei Hände. Arbeiten in den Eltern im Computerbereich? Also, so ein Finger hat ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Der kann gebeugt sein, zum Beispiel der Daumen jetzt, oder der kann gestreckt sein. Also, gebeugt oder gestreckt. Könnt ihr alle mal machen. Beugen, strecken. Das dürft ihr niemals auf der Straße machen. Es könnte sein, dass Autos anhalten und die Autofahrer denken, ihr würdet trampen wollen. Also, hier ist alles okay. Wenn der Daumen gebeugt ist, dann zählt er null. Und wenn er gestreckt ist, dann zählt er eins. Genau wie gerade eben, als wir gezählt haben. Der Zeigefinger, also der Finger links vom Daumen, der zählt zwei. So ein bisschen wie bei dem Tachogart eben, also das Zweifache von eins. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Tacho keine Tachoscheiben hätte mit zehn Ziffern, sondern nur mit zweien, nämlich nur mit null und eins, dann wäre das ja so. Der Tacho würde zählen null, eins und dann würde die nächste Scheibe auch anfangen zu zählen und immer so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat ganz rechts die Einer, wie bei dem anderen Tacho auch, aber hier hat man dann nicht die Zehner, sondern nicht das Zehnfache von eins, sondern nur das Zweifache von eins. Also die Zweier. Und hier hat man das Zweifache vom Zweifachen, also die Vierer. Und hier hat man auch das Doppelte von den Vierern, das ist dann acht. Und hier hat man das Doppelte von der Acht, also richtig. Sehr gut. Auf die Finger übertragen würde das bedeuten, wenn der Daumen zwei zählt, äh eins, und der Zeigefinger zwei, dann würde der Ringfinger das Doppelte von zwei zählen, also vier, der Mittelfinger. Der Ringfinger das Doppelte von vier, also acht. Und der kleine Finger das Doppelte von acht, also? Richtig. Ich habe das mal so aufgemalt. Und das kann man natürlich mit der zweiten Hand weitermachen. Wenn man dann mit dem kleinen Finger hier weitermacht, wäre das Doppelte von 16? 32. Das Doppelte von 32 wäre? Richtig, 64. Das Doppelte von 64? Ganz genau. Das Doppelte von 128? 256. Und das Doppelte von 256? 512. Genau. Also mit dem System zählt nicht jeder Finger eins, wie wir normalerweise zählen, sondern jeder Finger zählt das Doppelte vom Finger rechts von ihm. Und jetzt geht es richtig los mit Fingergymnastik. Seid ihr bereit? Nochmal die Finger ausschütteln? Okay. Also. Wir zählen so. Eins. Denn nur der Daumen ist gestreckt. Und die zwei, weil der Daumen zählt eins, die zwei wäre das. Denn nur der Zeigefinger ist gestreckt. Der Zeigefinger zählt ja zwei. Die drei wäre, nee, der Daumen muss eingeklappt werden. Die drei wäre das, genau. Weil der Daumen zählt eins und eins plus zwei sind? Genau. Das ist die vier. Nur den Mittelfinger strecken. Macht ihr bitte alle mit. Nein, nein. Das ist 132. Das ist die vier. Und jeder, der das lustig findet, jedem kann ich nur mit Shakespeare antworten. Denn an sich ist nichts weder gut noch schlimm. Das Denken macht es nur dann zu. Aus Hamlet. Zweiter Akt. Zweite Szene. Was ein Zufall ist, denn zwei plus zwei ergibt vier. Oder, um es mit dem Motto des Hosenbandordens zu sagen, Das hat König etwa der Dritte von England geprägt, dieses Motto. Das heißt auf Deutsch ungefähr, ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Also zurück zum Mittelfinger. Der zählt vier. Die fünf wäre so, denn vier plus eins ist fünf. Die sechs ist das, denn vier plus zwei ist sechs. Die sieben ist das, denn vier plus zwei plus eins ist sieben. Genau. Kann man auch so schreiben. Null, null für die Finger, die gebeugt sind. Und eins, eins, eins für die Finger, die gestreckt sind. Also null, null, eins, eins, eins wäre dann die sieben. Die acht ist so. Und die neun ist so. Ah, ist ein bisschen schwierig, Moment. Ihr könnt auch gerne die anderen Hilfinger zu Hilfe nehmen. Die zehn ist so. Die elf ist so. Die zwölf ist so. Die dreizehn so. Die vierzehn. Dreizehn könnte man auch so schreiben. Also null, eins, eins, null, eins. Denn, ihr wisst zusammenrechnen, das ergibt dreizehn. Das wäre die vierzehn. Fünfzehn. Fünfzehn wäre also so. Der kleine Finger ist gebeugt, alle anderen Finger gestreckt. Und die sechzehn wäre das. Den Fingern so. Und so geht es immer weiter. Siebzehn, achzehn, neunzehn, zwanzig, ein, zwanzig, zwei, zwanzig, drei, zwanzig, vier, 31, 31, ich habe ein bisschen verzählt, das wären 31, denn wenn man jetzt alle Finger streckt und den Wert von allen Fingern zusammenzählt, dann ist es ja 16 plus, plus 8, plus, 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 und das sind 31. Und das kann man natürlich noch mit der anderen Heim weitermachen, also, wie so ein Fingertacho ist das dann, wenn man dann alle Finger streckt, dann hat man, genau wie es eben gesagt hat, 512 plus 256 plus 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 sind, 1023, ich hatte die Antwort doch eben sogar schon vorgegeben, und so kann man mit den ganzen Fingern bis 1023 zählen. Ganz viele Punkte, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sind 1023. Das eine ist das Binärsystem und das andere ist das Dezimalsystem. Und jetzt ergibt dieser Satz natürlich einen ganz anderen Sinn, wenn man sagt, es gibt nur 10 oder 1, 0 Arten von Menschen auf der Welt, dann heißt es eigentlich in Dezimal, es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Welt, nämlich die, die Binärzahlen verstehen und die, die es nicht tut. Und ihr mit viel Glück gehört jetzt zu der einen Art. Auf jeden Fall gehört ihr zu der einen Art. Vielen Dank. Also mit 0 und 1 kann man im Grunde ziemlich viel darstellen und erklären. Und so funktioniert auch Computer. Die kennen nämlich im Grunde nur zwei Zustände. Entweder Strom an oder Strom aus oder Stückchen auf der Festplatte magnetisiert oder nicht magnetisiert oder einmal so in die Richtung oder in die Richtung. Oder früher hat man zum Beispiel Computer mit solchen Lochkarten programmiert. Da gab es dann entweder ein Loch oder kein Loch. Auch zwei Zustände und das Prinzip ist immer das gleiche. Mit den zwei Zuständen im Binärsystem kann man alles andere darstellen. Apropos Loch. Ich bräuchte jetzt mal einen Freiwilligen, bitte. Ja, du hast schöne lange, aber du warst eben schon mal. Wer hat denn lange Haare und traut sich, dann komm du mal auf. Du hast genau die richtige Größe. Einen großen Applaus, bitte. Wie heißt die? Susanne. Susanne. Hallo Susanne. Bleib mal kurz hier stehen. Susanne, wir haben ja gerade über Löcher geredet und wie lange hast du für deine Haare gebraucht? Weiß ich nicht. Die sehen sehr schön aus. Ich habe ja eine sehr schöne Schere. Und keine Bange, keine Bange. Ich habe was ganz Tolles vor mit dir und zwar möchte ich Folgendes machen. Ich habe hier ein Stück Papier, gerade von eben noch. Und in dieses Papier schneide ich jetzt ein Loch rein. Und ich schneide das Loch so rein, dass du da durchpasst. Wie bitte, das geht nicht? Doch, doch, du musst dich nur ein bisschen schmal machen. Guck mal, ich gebe mir richtig viel Mühe. So und so. Okay, Susanne. Ich glaube, ich brauche ein anderes Papier. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wahrscheinlich, es sieht aus wie eine schöne Krone. Ich nehme einfach ein anderes Papier. Nee, ich nehme eine andere Größe, eine viel größere Größe. Das hier. Damit werde ich jetzt ein Loch schneiden, in das du durchpasst. Wollen wir eine Wette eingehen? Ich wette total gerne. Okay. Mit Wetten habe ich mein Studium finanziert. Ist auch sehr gut, um in der Regel Studienzeit durchzukommen. Nee, stimmt gar nicht. Also, ich wette, dass ich es schaffe, ein Loch hier reinzuschneiden, durch das du passt. Und ich werde deine Haare dafür nicht abschneiden müssen. Wette? Bist du mutig? Das ist echt großartig. Also, das könnt ihr zu Hause auch machen. Das ist auch ein ganz toller Mathematik-Fachbereich. Erstmal knicke ich das so, diese Karte. Ja. Und ich habe es auch mal aufgezeichnet. Also, das ist die Karte in groß. Die knicke ich erst mal. Müsst ihr zu Hause auch machen. Und dann müsst ihr da so Schnitte reinschneiden. Das mache ich jetzt mal so. Einmal so. Es dauert ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt da etwas Zeit mitgebracht. Wie alt bist du, Susanne? Acht. Acht. Wusstest du, dass wenn man die Acht hinlegt, sie das Zeichen für unendlich ist? Nein. Ja. Doch. Und kennst du den Witz, wo eine Null und eine Acht sich treffen? Und die Null zur Acht sagt, hey, schicker Gürtel. Nein. Das ist kein Problem. Das ist wirklich auch kein guter Witz. So. Das sieht doch ganz hervorragend aus. Wusstest du, dass ich bei uns im Studio immer für die Weihnachtsdekoration verantwortlich bin? Nein. Ja, jetzt weißt du es. Also, so habe ich es jetzt geschnitten. Das könnt ihr gut sehen. Und jetzt müsst ihr es aufklappen. Dann sieht das nämlich so aus. Okay, warte. Kannst du es machen? Aber es geht. Geht eigentlich ganz gut. Muss man sehr vorsichtig sein. Denn so ein Papier ist ja empfindlich. Ist ein bisschen wie ich. Wenn Papiere weinen könnten, dann würden sie oft abends im Bett liegen. Und... Aber es ist besser geworden. So. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt der letzte, alles entscheidende Trick. Ich habe den auch mal eingezeichnet. Man muss jetzt hier, ohne die äußeren beiden zu berühren, aber die mittleren Papierstreifen auseinanderschneiden. Okay. So und so. Und jetzt, wenn man jetzt das Papier ganz vorsichtig, auseinander macht, dann hat man... Ah, Mist. Ich halte es einfach zusammen. Ich habe ja noch ein bisschen Papier hier. So und so. Außerdem halte ich es fest. Ich kenne jemanden, der heute Abend wieder im Bett liegt und weint. Wir machen das direkt nochmal. Und zwar mit der grünen Karte, die hier aus der Mensa sind. Das sind kostenlose Karten. Jetzt weiß ich ja, warum die kostenlos sind. Hast du heute noch was vor? Äh, ja. Oh, schade. Also schade für das, was du vorhast, weil ich glaube, es wird heute nicht mehr dazu kommen. Was wolltest du denn noch machen, wenn ich so indiskret fragen darf? Heute Abend in die Kirche gehen. Okay. Und die Trolls gucken danach. Trolls ist ein sehr guter Film, habe ich gestern geguckt. Hast du den schon gesehen? Nein. Sehr, sehr lustig. Sehr gute Musik. Ich mag ja Justin Timberneck total gerne. Und wusstest du, wer bei Trolls die Synchronstimmen gemacht hat im Deutschen? Wie soll ich das wissen? Lena Meyer-Landruth. Und, ähm, Mist, den Namen habe ich vergessen. Mark Forster, genau. Kenne ich. Kenne ich auch. Also von der Stimme her. So, jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Ja, ich bin ein bisschen ehrgeizig. Aber so ist es zum Beispiel auch ganz oft im Studio. Weil Wissen macht, ah, wenn etwas nicht funktioniert, dann müssen wir es ganz oft so lange machen, bis es funktioniert. Und dann dauert so eine Aufzeichnung von einer Sendung schon mal einen ganzen Tag. Ja, okay. Wenn es jetzt wieder kaputt geht, dann hast du die Wette gewonnen. Gut, dass wir um nichts Besonderes gewettet haben. Aber das Prinzip ist euch klar, oder? Eigentlich, wenn das Papier stabil genug wäre, da könnte ich unendlich dünne Streifen schneiden und hätte ein unendlich großes Loch. Obwohl das Papier eigentlich nur DIN A5 groß ist. DIN A6 sogar nur. So, ich probiere es nochmal. Feuerst du das Papier an, dass es reißen soll? Ja. Du bist also nicht für mich? Nein. So, so. Interessant zu wissen. Und so. Und so. Ich mache es ein bisschen vorsichtiger. Warum nicht feste? Na, also die Erfahrung zeigt, wenn man das zu feste macht, dann reißt das Papier. So. Okay, das ist wirklich etwas störrisch. Aber. So. Tut's weh? Ja. Hm. Den einen Arm bitte mal. Oh. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte setz dich hin. Danke, dass du mitgemacht hast. Die Wette war ernst. Aber was haben wir denn gewettet? Also. Die Haare bleiben dran. Zum Glück. Puh. Es gibt einen ganz tollen Fachbereich der Mathematik. Und das ist die Topologie. Und bei der Frage, die ich immer wieder stelle, wofür brauche ich den ganzen Mathematikram eigentlich? Und das ist dann der große Höhepunkt. Ich habe Unterhosen mitgebracht. Ich entschuldige mich mal kurz. Ich muss mich mal eben umziehen. Hallo. So. So. Also, ich habe ja eben gesagt, dass die Mathematik mir oft über schlimme Zeiten hinweggeholfen hat. Sieht nicht so aus, aber. Eine schlimme Zeit war die Pubertät. Pubertät und Schwimmunterricht ist ganz übel. Überhaupt Sportunterricht, wenn man sich umziehen muss. Ich habe es vermieden, irgendwo zu viel nackte Haut zu zeigen. Und das bedeutete beim Schwimmunterricht, ich musste mir irgendwas überlegen, wie ich es verhindern kann, dass ich komplett nackt dastehe. Und dann bin ich auf eine großartige Idee gekommen. Ich konnte zum Beispiel, wenn ich zu Hause vergessen habe, schon mir die Badehose zu Hause anzuziehen und die dann im Schwimmunterricht anziehen musste, habe ich gemerkt, ich kann die Badehose hier in Rot einfach über meine Unterhose drüberziehen. So kann man auch schwimmen gehen, aber es ist nicht so praktisch, weil dann sind beide Hosen nass und das ist ja nicht das, was man möchte. Aber man kann jetzt, ohne dass man jemals komplett nackt war, einfach die Unterhose so runterziehen. Und hier so raus, tada! Komischerweise haben wir das so Matheunterricht nie gemacht, aber ich glaube, wenn, dann hätte ich auf Mathe ein ganz anderes Verständnis gehabt. Das habe ich jetzt viel später herausgefunden, dass das Topologie ist. Ein Fachbereich von Mathe, der auch beim Krawattebinden sehr wichtig ist, alles, was mit Knoten zu tun hat, sehr interessant. Und das kann man auch benutzen, um zum Beispiel sich Jacken an- und auszuziehen oder Unterhemden oder irgendwas. Könnt ihr zu Hause wirklich gerne ausprobieren. Und ich sehe, es ist schon weit über eine Stunde, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Gibt es noch irgendwelche Fragen, bevor ich jetzt das Schlusswort mache? Sehr gut. Eine Sache habe ich nämlich noch für euch. Das ist das allerletzte. Das habe ich mir extra von zu Hause vorbereitet. Also ich habe hier so ein paar Streifen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Streifen zusammengeklebt habt. Zum Beispiel so. Das Tolle ist, wenn man, wo ist denn, ach hier. Wenn man jetzt einen Stift hat, ich komme mal zu dir zur Kamera. Könnt ihr den Streifen sehen? Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel hier so lang fährt mit dem Stift, dann gibt es einmal diese eine Seite. Und da ist man schon wieder am Ende. Und es gibt die Innenseite. Da kann man auch einmal lang. Und man macht im Grunde zwei Striche, um innen und außen zu bemalen. Wenn man jetzt diesen Streifen ganz anders zusammenkleben würde, Nämlich Also wieder den Streifen, aber ich klebe ihn einmal so gedreht zusammen. Dann sieht es so aus. Und wenn man jetzt da lang malt, passiert etwas ganz Tolles. Also Ich male hier lang. Könnt ihr es sehen? Und ich male immer weiter. Und immer weiter. Ups. Und immer weiter. Und ich wechsle nicht die Seite. Ich male immer weiter. Und bin auf einmal wieder beim Ende vom Streifen angekommen. Aber auf einmal sind beide Seiten bemalt. Das heißt, bei diesem Ding gibt es eigentlich nur eine Oberfläche, obwohl es auch zwei Seiten sind. Und das Ganze ist auch nach einem Mathematiker benannt, nämlich nach einem Herrn Möbius. Das heißt Möbiusband. Auch ein ganz verrücktes Ding. Das heißt, wenn es zum Beispiel eine Achterbahn gäbe, die in Möbiusform wäre, könnte man die Strecke zweimal fahren, würde einmal über Kopf sein und einmal normal sitzen. hätte viel Spaß. Und wenn man wenn man so einen normalen Streifen auseinanderschneidet, dann was passiert dann wohl? Richtig, da hat man zwei. Und wenn ich diesen Streifen auseinanderschneide, was passiert wohl da? Bitte? Wieder zwei? Immer noch einer. Also sehr verrückt, diese Möbiusbänder. Und man kann was ganz Tolles machen, wenn man zwei Möbiusbänder hat. Einmal so. Und hier habe ich das zweite. Gesundheit. So, ich habe jetzt hier zwei Möbiusbänder. Die klebe ich jetzt so zusammen. Das braucht ein bisschen Zeit, weil ich mir das Klebeband abmachen muss. Es ist immer schwierig, den Anfang vom Klebeband zu finden. Einmal so. Und einmal so. Man kann die Spannung förmlich spüren. So, und jetzt klebe ich die beiden Möbiusbänder so im rechten Winkel aufeinander. Sieht jetzt so aus. Ein bisschen wie eine schrumpelige Acht. Und wenn ich das jetzt auseinanderschneide. Also. So wie gerade eben. Moment. Das erste Möbiusband. Und das zweite. Dann ist es perfekt für einen Gruß zum Valentinstag. und das zweite Möbiusband. Und damit. Und damit. Ich wünsche euch, dass ihr merkt, dass man mit Mathe wirklich viel Spaß haben kann. Man kann Herzen erobern, manchmal. und man kann sich die Blöße geben, sich beim Schwimmunterricht nicht komplett zu entblößen. Alles tolle Sachen, dank der Mathe. Also besucht die Matheausstellung. Habt noch viel Spaß und schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Danke. Das ist sehr nett. Okay, ich hab noch eine Sache. Eine Sache hab ich noch. Oh Mist, jetzt sind schon welche raus. Aber egal. Es gibt einen ganz tollen Trick. Ihr kennt ja alle das kleine 1x1. Ihr könnt alle bis, keine Ahnung, mit 10 multiplizieren. Mit 11 wird es oft ein bisschen schwieriger. Aber es gibt einen ganz tollen Trick, wie man alle möglichen Zahlen super schnell mit 11 multiplizieren kann. Wollt ihr den wissen, den Trick? Ja. Sehr gut. Gucken wir mal, ob ich das noch irgendwo habe hier. Einen Moment. Also. Ich glaube, ja. Tatsächlich. Also. Die 11. 11 klingt ein bisschen wie ein mythisches Fabelwesen. Und das, was ich euch jetzt zeige, das ist wirklich ganz großartig, weil es sieht fast aus, als wäre man mit der 11 ein Zauberer. Also kleines 1x1 ist logisch, kennen wir alle. Und die 11. Mit der 11 zu multiplizieren, zum Beispiel 11 mal 23 ist 253. Warum weiß ich das so schnell? Weil ich es aufgeschrieben habe vorher. Haha. Nein. Ihr könnt alles Mögliche mit 11 multiplizieren, ohne groß zu rechnen. Und zwar geht es folgendermaßen. Wenn ihr die 23 habt beispielsweise, dann könnt ihr die Quersumme von 23 nehmen. Quersumme bedeutet, ihr zieht einfach alle Ziffern zusammen. Also da wäre es zum Beispiel 2 plus 3 und das ist 5. Und die 5 kommt einfach in die Mitte zwischen 2 und 3 und das ist das Ergebnis. 11 mal 23. Also zum Beispiel 72. Die Quersumme von 72 ist? 9. 9, genau. Und die Summe, also das Produkt von 11 mal 72 ist? 792. Anderes Beispiel, die 56. 56 mal 11. Also die Quersumme von 5 und 6 ist? Ah, jetzt wird es ein bisschen gemein. Denn die 11 hat zwei Stellen. Das bedeutet, man kann die nicht einfach zwischen die 5 und 6 packen, dann wären es ja 5.116 und das würde niemals hinhauen. 56 mal 11 ist ein ganz anderes Ergebnis. Man muss Folgendes machen. Man lässt einfach die rechte 1 stehen und die linke 1 zählt man zur 5 dazu. Also hat 6, 1, 6. Und das ist das Ergebnis von 56 mal 11. 616. 82. Was ist die Quersumme von 82? 10, genau. Das bedeutet, das Ergebnis von 82 mal 11 wäre 902. Und noch ein letztes Mal. 33 mal 11 ist die Quersumme 6 und die 6 kommt einfach zwischen die 3 und die 3 und das sind 363. Und das war die Zauber-11 noch für das letzte Mal. Vielen Dank. Danke. Schön, dass ihr da wart. Nicht vergessen, Mathe-Ausstellung besuchen und nicht vergessen, morgen die Sendung mit der Maus mit vielen interessanten Sachen aus London. Ich freue mich, wenn ihr mit zugucken würdet. Macht's gut. Tschüss. Applaus Tschüss. Applaus Tschüss. 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 Vielen Dank.